Hallo, hier ist wieder euer WeHawkLP und wir versuchen nun noch einmal Leon zu vernichten. Was sicherlich nicht so leicht werden wird. Hm, darum werde ich jetzt doch ein bisschen mit Safestates arbeiten, denn viel Zeit zum Trainieren hatte ich nicht und... Ja, das sieht doch schon gleich viel besser aus. Sehr gut. Gut, okay. Wir speichern nochmal und schauen wir mal, was wir daraus machen können jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich ihn wieder zu weit weg gehen lassen. Jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger, ihn zu treffen. Ja, er ist jetzt einfach zu weit weg. Hm, komm her. Ja, ach, Mist. Gut, probieren wir es nochmal. Wird auch gelacht, wenn wir den nicht kriegen. Leon, komm her. Putt, putt, putt. Der Hase wird dich jagen. Heute ist der Hase der Jäger. Ja, ganz recht. Ja, okay. Ganz ruhig. Nicht nervös werden. Dieser Typ ist verdammt stark. Aber wir haben noch eine ganze Menge Starwolf-Member vor uns. Und... Ja, das gibt es nicht. Wieso ist der daneben gegangen? Ah, Mann. Na, super. Jetzt auch noch das Satelliten-System besetzt. Das heißt, wir müssen uns hier ganz dringend beeilen. Er braucht zu lange, um den anzuvisieren. Er braucht einfach zu lange. Ah, verdammt. Okay, nochmal. Nochmal. So. Leon. Hör endlich auf damit, du Arsch. So, okay. Jetzt aber. Nicht nervös werden. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Du hast keine Chance gegen mich. Und wenn's fünf Minuten dauert. Das ist mir egal. Wenn ich einen ganzen Partner verbrauche, um dich fertig zu machen. Ich mach dich fertig. Näää. Okay. Ganz ruhig bleiben. Leon. Ah. So ein Mist. So ein verdammter Mist aber auch. Ah. Okay. Schluss jetzt. Oh. Ich krieg ihn nicht mehr. Er fliegt auf einmal. Ganz komische Flugbahn. Äh. Ja. Aber das hat ihn getroffen. Sehr gut. Ach du mein Dreck, Wolf. Der Rest ist für dich. Wow. Und eine interstellare Rakete kommt noch dazu. Jetzt hab ich ein paar Schwierigkeiten. Weil erstmal muss ich mich auf jeden Fall um den Satelliten kümmern, bevor der mehr Schaden anrichtet. Oh, was ist das jetzt? Was hat er jetzt schon wieder vor? Nein! Also langsam wird's heftig. Aber was soll ich denn dagegen noch ausrichten? Oh, shit, ey. Also gut. Ganz schnell die Rakete erlegen. Dann nichts wie ab zum Satelliten. Jetzt wird's langsam richtig schwer. Jetzt verdient der schwere Schwierigkeitsgrad seinen Titel auch wirklich. Alter Schwede. Verdammt, das war's noch nicht. Ich muss... Oder? Na, ich muss näher ran. Auf jeden Fall. Sterb! Mann! Das wird nicht leicht. Okay, wir müssen's weiterprobieren. Los, ab zum Satelliten, Peppi! Und wenn du dabei bist... Du, Battleworld! Oh Gott. Ja, das hab ich mir gedacht. Jetzt sollten wir uns echt beeilen. Ja, ist gut, Pepper. Ihr habt's verstanden. Okay. Das selbe Prozedere, wir kennen es ja bereits. Wir müssen wieder diesen Virus hier abballern. Vom Satelliten. Was? Wieso hab ich den denn jetzt nicht... Der war doch anvisiert. Och Mann. Egal, einen haben wir. Und... Hey! Daneben ist ne Peppermünze. Ey! Peppermünze! Verdammt! Die brauch ich. Ich brauch die ganz dringend wegen meiner Energie. Ich brauch sie. Hallo! Wo ist sie denn hin? Da oben ist sie. Ah, fuck. Ich muss irgendwie rankommen. Scheiße! Los, Peppi! Wir haben nicht so viel Zeit. Oh nein! Jetzt brauch ich sie auch nicht mehr. Ich hab eben versehentlich mein Item verwendet und ich weiß immer noch nicht wie. Na super. So ein Dreck! Das hätte ich mir jetzt alles sparen können. Mann. Das läuft heute nicht. Das läuft heute ganz und gar nicht. Das ist ja fürchterlich, was ich hier heute abliefer. Na gut, kümmern wir uns um den Virus. Bevor hier noch mehr schlimme Sachen passieren. Gute Arbeit! Willst du mich verarschen? Boah, das sieht überhaupt nicht gut aus für uns. Wir haben nicht mal Zeit, uns um die Basen zu kümmern. Naja. Machen wir mal einen kleinen Cut. Bis gleich. So, ich bin wieder zurück. Und jetzt! Ich mach euch fertig. Ich schwör's euch. Es ist mir scheißegal, wie viele ihr seid. Es reicht. Es reicht echt. Oh, du hältst was aus. Du hältst was aus, so wie es aussieht. Oder hab ich dich überhaupt nicht getroffen? Wahrscheinlich hab ich dich nicht mal getroffen. Egal. So. Wenn du nicht willst, dann kümmere ich mich halt mit deinen Kollegen. Ja, was soll's. Ah! Der ist ja genauso schnell. Na super, beim Abhauen seid ihr prima. Aber sonst könnt ihr nichts. Ich hasse euch. Oh. Ah, jawoll. Der hat doch noch getroffen. Oh, Mann. Ich krieg die Krise. Heute läuft's nicht. Es läuft heute wirklich überhaupt nicht. Gut. Ist mir jetzt scheißegal, wie viele Raketen auf Corneria zufliegen. Wir kümmern uns jetzt um die erste Basis auf Titania. Weil wenn wir das nicht machen, dann kommen immer mehr Raketen. Und es muss jetzt endlich mal wieder eine Basis befreit werden. Sonst haben wir ja riesige Schwierigkeiten hier. Gut. Schauen wir mal. Was müssen wir tun? Boah. Lass mich bloß in Ruhe. Okay. Das ist der erste Schalter. Wo müssen wir jetzt draufballern? Ähm, okay. Das ist jetzt nicht wirklich zu sehen. Ob dieses Blaue. Ja, okay, aber... Oder? Halt. Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn hier noch los? Ich krieg die Krise. Das ist auf jeden Fall nicht der Schalter. Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Wo muss ich denn nur draufballern? Da leuchtet's doch so schön. Da leuchtet's doch so schön. Warum bringt das nichts? Obwohl ich glaub, die beiden Dinger müssen ineinander geschoben werden. Gut. Wir machen... Ich glaube, ich weiß, was es ist. Aber wir machen das erst im nächsten Part. Ich werd noch einige Sachen trainieren müssen vorher. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao.